Ja, zu den Kui Hotels gerne noch einen Satz von mir dazu, eine unheimlich aufstrebende und beliebte Marke der Touristik. Neu dabei ist im Winter das Thema, auch im alpinen Bereich haben wir jetzt die Kui Markenhotels, direkt an der Piste gelegen, direkter Zugang zu allen Liften in den jeweiligen Orten. Also eine ganz begehrte Lage mit dem bewährten und sehr beliebten Kui-Konzept. Von der Ferne über Playa Dorada bis hin nach Tunesien gibt es ein unheimlich breites Spektrum, auch mit den Marken der Kui bei der Touristik.